Wer sind Sie? Ich bin nur ein Nobody. Die haben also etwa 20 Mäuse und eine alte Uhr geklaut? Haben sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad. Schade, dass die nicht bei mir eingebrochen haben. Du hättest einfach an den fertig machen können. Warum hast du es nicht gemacht? In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will. Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. War ein Wahnsinns-Tag. Das sehe ich. Ich habe für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Ich habe alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich habe es vielleicht zu gut gemeint. Sie sind hinter meiner Familie hier. Und das geht gar nicht. Die haben ein Kitty-Kat-Armengestuhl. Gebt mir das verdammte Kitty-Kat-Armengestuhl. Wer sind Sie? Ich bin nur ein Nobody. Nobody! 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 Untertitelung des ZDF, 2020